Was geht Leute? Ich bin auf dem Weg jetzt erstmal nach Köln bei diesem geilen Wetter erstmal zum Bahnhof und ich möchte mich auf den Vergleich erstmal wieder wenn ich dann im Zug sitze Bruder Ok Leute, wir sitzen jetzt in Itzi mit My Girl und oh mein Gott ich fand den Doppeldecker früher nach Köln viel geiler als jetzt so einfach nur eine Etage keine Ahnung Es war noch viel zu warm Ja Nun gut, wir sitzen erstmal und ich melde mich dann wieder wieder Hallo, hallo und willkommen zu meiner Crew Wir sind endlich in Köln angekommen Tür schließt sich bitte leise Hier habt ihr unser richtig geiles Bett Hier habt ihr unser richtig geiles Bett oder einfach schlafen werden Wir haben voll die Aussicht Aussicht ist ganz okay Nee, jetzt war jetzt nicht auf dem Kölner Dom aber vierte Etage Leute geht klar, oder? So, guck mal mit, guck mal hier haben wir eine Minibar und sonst irgendwas Ich kann mir das richtig vorstellen, als wenn ich zu Hause hier wohne Not Genau Dann haben wir hier unser Badezimmer Oh mein Gott Das sieht einfach so geil aus, Leute Was ist das überhaupt? Hey, hey, Entschuldigung Ja, auf jeden Fall ist das ein ziemlich geiles Hotel Muss ich bis jetzt sagen Also es ist richtig gorgeous Und Ja Das war's auch erstmal für den ersten Tag Beziehungsweise ich kann vielleicht auch ein Essen Aber Es wird auf jeden Fall genial hin, denn Ich verspreche es auch mit dem Chef es wird so Okay So Wir sind jetzt beim Papiano und haben erstmal Fett gegönnt Läuft auf jeden Fall Schieb So Ich bin nämlich schon mal fürs Zusehen Meine Zero Freunde Wir liegen jetzt hier schon im Bett und machen gleich noch eine Video Session für unseren Kanal Die Mythos und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder wenn nicht alles klappt Also bis morgen bis morgen bis morgen bis morgen bis morgen Wenn